Hallo, mein Name ist Dagmar Schönleber, ich bin Kabarettistin und Komikerin und ich unterstütze das Projekt Marionette, weil ich finde, dass jedes Kind auf der ganzen Welt die Möglichkeit haben sollte, sich selbstständig bewegen und eben die Welt entdecken zu können und an der Welt teilnehmen zu können. Und die vom Projekt Marionette versuchen das zu unterstützen, indem sie Spendengelder sammeln, um von diesen Geldern möglichst viele technische Hilfsmittel zusammenzubekommen und diese Familien mit behinderten Kindern zur Verfügung zu stellen. Und ich finde, das ist eine super Sache, weil jeder Mensch will laufen. Also ihr könnt das mit unterstützen und Informationen erhaltet ihr auf Instagram oder Facebook oder eben auf der Homepage www.projektmarionette.com. Also komm und mach mit! www.projektmarionette.com Untertitelung des ZDF, 2020